hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu let's play the last of us hier mit mir eurem jahri und wir haben hier gewartet letztes mal denn unser was wir geschossen haben ist da reingelaufen wir sehen es an den blutspuren wir wollen mal sehen was jetzt passiert ganz gewöhnlicher ort hoffentlich hoffentlich scheiße ich hab glaubt das wird hier liegen oder ist okay aufpassen nicht dass irgendwer kommt oder so denn wir können menschen sein hunter infizierte was jetzt mal die pass bloß auf wer ist da kam raus hallo wir wollen nur reden eine falsche bewegung das hier geht ganz bis ins auge das gilt auch für dich sportfreund was wollt ihr ich bin david das hier ist mein freund james wir sind eine sehr große gruppe frauen kinder und wir haben alle großen hunger wie bei mir frauen und kinder und alle haben viel hunger tja vielleicht können wir dir dir was für das fleisch da geben was brauchst du waffen kugeln kleidung medizin habt ihr vielleicht antibiotika ja im lager du kannst mit uns kommen irgendwo mit euch hin dein schweigsamer freund tag kann sie holen wenn er damit wiederkommt gehört das fleisch euch wenn jemand anders kommt dann geht das ganz böse ins auge genau richtig so elie zwei flaschen penicillin und eine spritze und beeil dich geh schon das gewehr nehme ich na klar jetzt zurück das wird ein bisschen dauern wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen dann nimm ihn mit schön hochgezogen so muss es laufen na also du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein ich mag es wenn ich allein bin verstehe wie heißt du warum okay ich verstehe es ist nicht leicht ein paar fremden zu vertrauen und und der verletzte du machst dir große sorgen es wird bestimmt alles gut vielleicht ich hoffe du kannst damit umgehen das ist nicht mein erstes mal okay wir dürfen sie auf keinen fall reinlassen da hat er irgendwo recht das ist echt nicht ihr erstes mal mit ner waffe was haben wir hier das medipack okay schnell mal nachladen okay Du kriegst mich niemal! Hier haben wir das? Du hattest recht! Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich! Tja... Du kannst nicht mehr schießen! Wir brauchen einen Schiff! Wohh, Wohh, Wohh! Wohh, 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 Wohh! Wohh, Wohh! Das war ein Glub. und was sei ganz schön den kopf weggeholzt das ist noch mehr Munizum mehr Infizieren auf dieser Seite, das ist deine große Meute, sie müssen dir gefolgt sein vielleicht sind sie dir und deinem Freund gefolgt ja echt doch, du nicht mehr Scheiße, ich dachte, ich liege nochmal die Tür, oh mann Fuck, gibt's doch gar nicht Scheiße, Scheiße, Scheiße Nein, nein Wir wurden geparkt und gekillt Stop, stop, stop Ok, 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 ok Oh damn, das gibt's doch nicht Nein Ey, das ist doch, oh Also dieser Klicker ist echt unnormal Der ist nicht so wie die anderen irgendwie Man schießt auf den, aber der stirbt einfach nicht sofort Keine Ahnung Ich weiß doch nicht wieso Oh Irgendwie treffe ich den nicht Keine Ahnung, das ist doch echt, oh mein Gott, ey Immer solche Stellen nennen, die das Spiel echt kaputt machen Nichts hier drüben In diesem System Ausdruck Oh 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 mann das wird doch echt ätzend drei Punkte daneben da links, da links, da links, da links, wo ist noch Manikation weg, 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 weg Nummer 1 wo ist er, wo ist er, wo ist er, ok, 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 ok,cek, keine Munition mehr, scheiße, was jetzt, was jetzt Ok, wo, 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 okay, läuft da, dann laufen wir mal hinterher aber echt, Mann, ehrlich, aber echt Ich halte sie auf, bewacht die Bretter was haben wir hier unbedingt ich war hier noch nicht ich weiß nicht ob das so gut ist aber wir haben auch keine große war jetzt gerade um ehrlich zu sein folge mir und pass auf hey kleine alles klar ist okay mehr Flicker verschwinde da wir versuchen die Aufbruchung wir sind auch welche und zwar nicht zu knapp da haben wir auch so ein bisschen unbedingt mitnehmen so klicker 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 ich gehe mit dem Messer den haben wir erwischt so aber hier war noch mehr oder? da steht auch einer ja der hinterhältige auch tot okay langsam hinterher langsam hinterher dann können wir uns hier vielleicht packen so auch gekillt okay der scheint irgendwie unten zu sein so okay wir müssen hier runter und da kann man so auf den rausspringen mit dem Messer schöner so von oben so ein bisschen Assassin's Creed mäßig aber ne das geht nicht aber wir haben den auch so gepackt da bist du geschickt du scheiße klicker okay da scheint erstmal alle gewesen zu sein ist hier irgendwas zum einsammeln oder so ja hier sind ein paar Sachen alles mitnehmen okay hier scheint sonst nichts mehr zu sein okay 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 gut dann gehen wir mal hier hoch komm schon Ellie komm schon genau alles klar? oh da bist du ja komm schon da ist die Tür okay da hat er uns den Arsch gerade vielleicht können wir ihm ja doch vertrauen wenn Fremde kommen und zunetzt sind tue ich mir ja ein bisschen schwer aber vielleicht vielleicht haben wir Glück vielleicht ist er so wie Henry und Sam wir müssen da hoch die ja echt nichts bloßes vorhaben ja mit der Leiter sollte es gehen wir stellen wir mal noch einen modern top her kommen wir mal noch einen aber bestimmt nochmal so brauchen Leiter? okay wo? ah da oben okay okay ja müssen wir Räuberleiter machen kannst du uns helfen? komm mal vielleicht hier komm her hilf mir rauf genau hilf mir rauf mach schon okay fertig dann los okay wir sind oben beeil dich und halte nach ihnen Ausschau da hin schon klar okay mal gucken da kommen wir nicht durch da ist dieses Ding irgendwie die sind nicht irgendwo welche okay und aber da ist einer scheiße 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 komm wieder her nein so ist gut ja alles okay ja alles okay oh ein Firefly Anhänger das haben wir hier oh noch ganz gesagt zum einsatz aber Munition perfekt da ist noch mehr okay wir haben alles eingesammelt hier gescheint schnell weiter wir kommen Leiter runter Leiter runter okay bitte schön gut Achtung gut Achtung na komm okay dann gehen wir mal hinterher und da da tschau na los hier noch mehr ja da hast du gereicht okay alter Mann okay Munition Mann sieht aus als hätte schon jemand gegen sie verloren oder oh Gott wir haben diese Jungs gesucht egal nimm die Ausrüstung ich suche nach einem Ausgang okay das hat sich doch aber schon hier eigentlich gelungen oder schau dich nach nützlichen Sachen um ich mach ja schon ich mach ja schon siehst du was scheiße was machen wir jetzt haben wir eine andere Wahl sterben gut bereit machen wenn dann kommen die ja von hier oder so jetzt auch vor denen die Munition wahrscheinlich nicht auf dem Dach hast du das die sind auf dem Dach okay er hat mal die Zung verloren auf dem Dach was 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 wo kam das her hinter dir was kümmern du dich das rum wo sind die wo sind die wo sind die wo sind die da kommt gleich auf jeden Fall einer da ist die Munition ok er läuft da rein wo 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 stehst du hin wo stehst du hin wo stehst du hin von hinten wo war es weg wo ist weg Boah, bloß Trauscher. Kommt noch mehr? Nein! Scheiße, 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 scheiße. Wer hat noch einen Monatruf drauf? Fass! Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Was, noch mehr? Okay, der ist hinüber. Ist hier noch einen Monatruf? Ja, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Hoffentlich. Boah, krass. Boah, der hat ihm schon geholfen. Und Ruhe. Okay, ein bisschen zu viel Ruhe. Irgendwas hat er gesagt, wir haben es aber nicht gehört. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Ja, geht. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine? Ich glaube, nichts passiert. Ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Für wenige. Vor ein paar Wochen, da habe ich männerlos geschickt, in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Mit einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Oh, oh. Siehst du? Ellie? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. Ellie. Runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Runter mit der Waffe. Oh, krass. Was passiert? Jetzt gib mir die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Er ist der Anführer oder so. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Der Hunter. Scheiße. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Nehmen wir nicht. Scheiße. Schnell weg. Schnell zu Joel. Und vor allem hoffentlich verfolgen die uns nicht. Wenn er immer noch verletzt ist. Und darum gehen wir jetzt einfach mit. Weil ich Antibiotika aufbaute. Dann haben wir mit ihm. Echtes Problem vor den Huntern zu fliehen. Scheiße. Mit Schnee auch noch die Spuren. Die können uns so leicht verfolgen, wenn wir Pech haben. Komm mit. Okay. Joel? Ich hab nicht viel zu essen gefunden. Aber. Ich hab das hier. Okay. Heb deinen Arm. Oh. Oha. Es hat sich zusammengenäht. Noddürftig. Ey, hoffentlich seid ihr jetzt noch Antibiotika drinne. Weil die das nicht verarscht haben. Und der jetzt sonst irgendwas kommt. Oh. Das tut da bestimmt weh. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel. Oha, was ist los? Was hat Ellie gehört? Nein, scheiße. Sie sind uns gefolgt. Oh, scheiße. Sie sind hier. Ich werd versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Oh mein Gott. Das ist jetzt so ne blöde Situation. Einerseits will man die nicht zurücklassen. Andererseits muss man gucken, dass man sie wirklich weglockt. Genauso wie Ellie gesagt hat. Oh, mit dem Pferd willst du es also weglocken. Okay. Scheiße. Voll erwischt, Alter. Lauf! Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das machen wir noch. Und, oh, abhauen, 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 abhauen. Ey, die sind ja überall. Fuck, 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 komm. Gib ihm ein Ritt, gib ihm ein Ritt. Oder mit Messer, gib ihm ein Messer. Alla! Okay, ein Tritt. Okay, ist auch gut, auch gut. Ein Tritt ist auch gut. Hier drüben! Arsch, wo fährt runter. Sie glaubt, die haben auch knallhart in ihre Rechte. Aber sie ruft hier sogar noch. Aber Hauptsache weg von Joel. Er ist nämlich immer noch so schwer verletzt, wenn wir die Mann haben. Er hat keine Chance. Ja, echt noch. Oh, können wir hier durch? Kommt und holt mich, ihr Arschlöcher! Wir laufen nur hier rum. Nicht, dass noch einer auf uns raus springt. Oh, 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 oh! Nein, nicht noch Ködel schießen! Nein, 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 nein! Nein. nein aber richtig scheiße okay wir müssen fliehen wir müssen unbedingt abhauen das wird eine harte flucht und wie wir das hinbekommen sehen wir nächsten folge von das war der last of us wo und richtig heftig da machen wir gemeinsame sache mit dem ich glaube anführer der hunter und wir merken es gar nicht erst am ende kam es raus dann sind wir mit kelles abgehauen mit den antibiotika die hoffentlich welche waren und dann sind wir uns gefreut und jetzt locken wir sie weg letzten ist nur wir haben kelles erschossen das heißt ob wir schaffen oder nicht wie von joel wegzulocken wir haben kein pferd mehr das wird noch eine richtige folgungsjagd glaube ich denn die schießen jetzt immer noch auf uns und wie wir abhauen was mit joel passiert sehen wir hoffentlich in der nächsten folge von the last of us ich bin euer jahri haut rein bis bald ciao und 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 und